Das Schwalbenfest Henny, gib mir doch bitte mal die Schüssel mit dem Kartoffelsalat. Tante Sigi streckt mir ihre Hand entgegen. Ich greife mir die rote Schale und reiche sie ihr über den Tisch. Ich kann dabei weder lächeln, noch ein fröhliches Bitteschön über die Lippen bekommen. Da ist dieser Knoten in meiner Brust. Wo ist eigentlich deine Mama? fragt sie mich. Ich zucke die Schultern. Bei einer Freundin. Sie verpasst euer Schwalbenfest? Unglaublich. Tante Sigi füllt sich ihren Teller und stellt die Schüssel neben den Bohnensalat. Dann wendet sie sich an ihre Tischnachbarin, um mit ihr über die Kirschblüten zu reden. Mama verpasst eigentlich alle Feste auf dem Tietchenhof. Auch das tierische Freundschaftsfest, zu dem Frau Großmutter und ich vor einiger Zeit eingeladen hatten. Da kamen unsere Gäste im Tierkostüm. Nur meine Mutter war nicht dabei. Hinterher hat sie uns gesagt, dass sie den Zirkus, den wir veranstalten, total albern findet. Unauffällig gucke ich zum Tisch neben dem Johannesbärbusch rüber. Da sitzen Sinja und Leslie. Leslie ist nämlich auch einfach zum Schwalbenfest gekommen, obwohl sie keine Einladung hat. Oma sagt, dass uns jeder nette Gast willkommen ist. Ich glaube allerdings nicht, dass Leslie ein netter Gast ist. Sie wirkt irgendwie zickig, so als würde sie dauernd lästern. Da, schon wieder. Sie neigt den Kopf und flüstert Sinja was ins Ohr. Die guckt zu mir rüber. Ich drehe mich weg. Und ich hatte mich so auf das Schwalbenfest gefreut. Jetzt kann ich die bunten Tische mit den Blumensträußen und den Sonnenschirmen gar nicht genießen. Unsere Nachbarn aus dem Dorf sind gekommen und haben Kuchen gebacken. Und Oskar schneidet gerade Stöcke zurecht für Stockbrot. Er will später ein kleines Lagerfeuer machen. Seufzend hole ich mir ein Glas Pfeilchenbowle. Ein Geheimrezept von Frau Großmutter. Sie will mir nie verraten, was drin ist. Auf jeden Fall ist sie sehr lecker und absolut alkoholfrei. Mehr wie eine Limo. Das Beste an unserer Pfeilchenbowle sind die blauen Pfeilchen, die darin schwimmen. Sie werden gezuckert. Dann schmecken sie himmlisch gut. Ein paar Meter entfernt vom Bohletopf sitzt Elvis. Das ist der Dackel, der jetzt neben Oskar wohnt. Er legt den Kopf schief und sieht mich treuherzig an. Ich werde das Gefühl nicht los, dass mit seinem Frauchen Isolde was nicht stimmt. Zu gerne würde ich sie mal genauer unter die Lupe nehmen. Aber ich kann sie gerade nirgendwo entdecken. Na Elvis, an was denkst du? Ich gehe zu ihm rüber und streichle seine braunen Ohren. Irgendwo hinter mir höre ich Leslie kichern. Und weil ich dieses Geräusch einfach gerade nicht aushalten kann, stelle ich mein Glas auf den Tisch und laufe zu den Pferden. Das Schwalbenfest Henny, gib mir doch bitte...